Oh mein Gott, ich bin so lange schon hier am Rennen. Es ist so heiß, die Sonne geht auch langsam unter. Ich brauche langsam was zu trinken, oder? Gebt ihm. Soll ich von der Pfütze trinken? Egal, hauptsache Flüssigkeit. Wir sind schon so lange unterwegs. Bist du sicher? Ja. Oh mein Gott, meinst du, da ist noch Wasser drin? Ja, selbst ich. Ah, ich habe noch mein Filtergerät dabei. Ja, perfekt. Damit können wir das eigentlich filtern. Ja, da geht der Schmutz raus. Ich hoffe, das klappt. Dann ist es nicht ganz so schmutzig. Oh mein Gott, Leute, wir nehmen unser Filterglas und trinken ein Schlückchen von der Pfütze einfach, damit wir nicht verdorsten. Okay, wir nehmen uns einen Schluck. Rein damit. Huh. Boah, endlich bin ich wieder fit zum Laufen. Leute, wir finden kein Fahrzeug weit und breit, Mann. Ja, Mann. Alter, wir müssen irgendwie nach Hause kommen. Die Sonne knallt. Selbst ich habe ja schon eine trockene Kehle. Ja. Solange wir da schon... Ey, da ist jemand. Hallo? Ey, könnt ihr jetzt nach Hause fahren? Hallo. Ey, Jungs. Jungs. Ich finde die Jungs ein bisschen unhöflich. Ja, irgendwie schon. Jo. Jo. Jo, was geht ab? Alter, das geht jetzt, ne? Wegen dem Wasser? War das unrein oder was? Das geht ab. Oh. 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 Es geht ab. Oh. Oh. Oh mein Gott! Guck mal, wie schnell wir sind! Wow! Ich werd immer schneller! Oh mein Gott! Digga, wir sind Hulk, wir können die ganze Zeit auseinander nehmen! Jo! Jo! Pfff! Oh mein Gott, Leute! Was sollen wir machen? Sollen wir die Leute rennen? Oder sollen wir die Stadt zerstören? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Was sollen wir mit dem Auto angestellt? Oh mein Gott! Noch nicht! Ich würd sagen, wir zerstören die Stadt, oder? Oder sollen wir die Stadt retten? Ich würd sagen, wir zerstören sie heute mal! Alles klar! Oh mein Gott! Jo! Boah! Oh mein Gott! Was können wir alles machen als Hulk? Oh mein Gott! Wir können das Auto nehmen! Boah! Alter, wie das liegt! Boah, Digga! Das geht ab, ey! Oh mein Gott! Du kannst ja auch auf Holzer jumpen und so, ne? Ich glaub schon! Jo! Jo! Alter! Und dann geht das Auto erst mal fliegen! Oh mein Gott! Kriegen wir Sterne, ist die Frage? Das wäre mal geil, wenn wir mit 5 Sterne provozieren und die ganzen Polizisten antanzen! Boah! Alter! Oh! Wir haben 2 Sterne! Die Bullen können nichts machen! Wir werden mal auf 5 provozieren! Sollen die kommen, Mann! Die sollen mit Helikoptern kommen jetzt alle! Wollen die Autos am fliegen, ey! Boah, ich würd sagen, wir rennen mal in die Stadt rein! Ich würd auch sagen! Und gucken, was da abgeht! Oh, was wollen die Cops? Oh, es tut mir leid! Einmal bitte! Bitte nicht schießen, bitte nicht schießen! Oh, die schießen! Komm her! Ne, bringen wir mal eine Manier! Ja! Boah! Ey, der hilft uns! Hast du gesehen? Nein, wir haben ihn umgebracht! Nein, der hat uns geholfen! War eigentlich ein Homie, der das echt wollte! Oh mein Gott! Okay, wir müssen nicht stattzustören! Die Cops sind gegen uns, Leute! Wir haben doch gar nichts gemacht! Wir haben doch gar nichts gemacht, oder? Wir sind doch nur Hulk! Ja! Ohohoho! Alter! Oh mein Gott! Ich würd sagen, zentrale Stadt ein nächstes Ziel! Ich würd auch sagen! Ohohoho! Alter! Junge, das Auto da hinten, ey! Oh, Helikopter! Ich würd sagen, wir ziehen dem Helikopter mal die Ohren lang! Ey, wir sind unaufhaltsam, Leute! Keiner kann uns was haben! Was will der hier eigentlich? Wir nehmen den uns einfach um! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie süß! Guck mal, der hier. Komm mal her, Bruder. Geh zu deinem Typ. Boah! Da hinten ist wieder ein Heli. Sagen wir jumpen da mal hin, oder? Guck mal. Boah, ein bisschen Upping. Komm raus! Alter! Ey, keiner kann uns was machen, Leute. Wir müssen 5 Sterne mal kurz sammeln hier. Die Gegner sind viel zu läppig eigentlich. Hauptsache, man springt sogar weiter als der Helikopter selbst. Ja, Mann. Die Berge gehören uns. Komm, nimm mich mal mit. Nimm mich mal mit, Bruder. Einmal Los Santos, bitte. Können wir den fliegen eigentlich? Das wäre mal eine gute Frage. Oh, jetzt nicht mehr? Ich guck mal, ob ich in ein Auto reinpasse. Okay, wenn ich ihn nicht zerstöre. Komm, wir packen uns das Auto. Aufsteigen machst du schon Platz. So, einmal bitte aus. Hallo? Einmal bitte raus hier. Einmal mit der Hand reingekommen direkt. Danke. Und Schrott. Ey, ich hab gesagt raus. Ihr habt jetzt die Chance raus zu gehen. Drei. Zwei. Zwei. Okay, ja, gehorcht. Eins. So, wir gucken mal, ob wir hier rein können. Ganz entspannt. Ja. Entspannt, Leute. Ey, Leute. Hä? Ey, schießt mein Auto platt, Alter. Was geht ab? Erstmal aus, kaputt machen. Frechheit. Runterfliegen sie. Frechheit. Ich will nur ganz entspannt Auto fahren. Euer Versuch. So, hier. Bitte aussteigen. Bitte. Okay. Muss mal ein bisschen mit Gewalt ran. Ganz friedlich. Einmal hier raus, bitte. Okay, wir können, glaube ich, nicht Auto fahren. Wir sind einfach zu fett, Leute. Ja, Mann. Wir sind einfach zu fett. Zu fett. Yo. Ey, gib mir das Ganze drauf da. Auseinandergenommen, ne? Und fünf Sterne. Nein. Fünf Sterne, Leute. Wir müssen jetzt in die Stadt. Ja. Perfekte Voraussetzung, jetzt in die Stadt zu gehen. Wir rennen einfach zu Fuß. Wir sind eh so schnell. Leute, bevor wir in die Stadt gehen, gehen wir mal erstmal ins Gefängnis. Ein bisschen die Insassen aufmischen. Holen die Gefangenen da raus. Kommt raus, meine Brüder. Oh mein Gott. Die Sirenen gehen schon an. Alle verstecken sich vor uns, Alter. Wir Feigen. Oh, kommt raus. Geht alle raus. Wir können alle raus. Wir holen dich hier raus. Na gut. Haut ab, Leute. Die Insassen. Oh nein. Haben wir die Insassen gekillt? Nee. Nein, die sind draußen. Was will der? Was will der? Hol den mal runter hier auf den Boden wieder. Immer schön den Ball verhalten. Wir sind auf dem Teppich holen hier. Genau. Wir sind in der Stadt. Wir treiben hier unser Unwesen. Mit fünf Sternen kann man da gut rein starten. Easy, ja. Und da fliegen sie. Erstmal klar machen, dass wir da sind. So. Wir sind in der City. Boah. Keiner kann uns aufhalten, Leute. Wir sind unsterblich. Oh mein Gott. Hier. Wir können sogar. Oh mein Gott. Wir können sogar. Laternen als Baseballschläger nehmen. Kein Problem. Ein bisschen Golf spielen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm her. Leute. Einfach weggeballert. Komm her. Wir spielen einfach Baseball mit Helikoptern, Alter. Oh mein Gott. Alter, was geht hier ab? Oh. Oh. Ey. Keiner kann uns aufhalten, Leute. So. Was ist mit dem Bruder hier? Ach. Der gibt einfach auf. Guck mal. Der legt sich einfach hin. Oh. Der hat sich verletzt. Für fünf Sternen ist wenig los. Aber die fliegen halt alle weg. Ja. Ich glaube wir brauchen mehr Cops. Die Leute. Speedrun. Wir gucken mal wie schnell wir beschleunigen können. Boah. Oh mein Gott. Wenn man ganz lange geradeaus läuft. Guck mal. Alter, das geht wieder. Die Stadt gehört zu uns, Leute. Wer will was machen? Jo, was ist passiert? Was geht jetzt ab? Was ist passiert, Leute? Was passiert hier? Kommt jetzt die ganze Regierung gegen uns, oder was? Alles explodiert hier. Weltweiter Alarm wegen uns. Aber das kann uns nix anhaben, Leute. Wir sind Hulk. Wir sind der allmächtige Hulk. Leute, wie wir hier langstolzieren. Mit Stolzgeschwälten. Mit so einem dicken Rücken einfach. Warte, warte, warte. Was? Wer? Was? Oh mein Gott. Wer zur Hölle bist du? Wer ist das? Oh mein Gott, einfach noch eine Hulk. Was ist das? Wow. Gib ihm, Mann. Was machst du? Ich muss ja wieder drauf klarkommen. Was zur Hölle macht der hier mit mir? Der nimmt mich auseinander. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hätt ich nicht erwartet. Woher kommt der? Wer rassiert denn jetzt? Was hat der gemacht? Der ist stärker als ich. Der hat sich der Luft durchgenommen. Was? In der Luft? Der ist stärker als ich, Leute. Lukas, hier ist doch Sterne dafür, dass er dich rasiert. Oh mein Gott, wir brauchen Hilfe, Mann. Waren wir in einem Hulk-Revier? Ich weiß nicht. Woher kommt der, Mann? Ich wusste, wusste. Ich dachte, wir sind der einzige Bösewicht. Komm her. Jawoll. Jetzt bin ich dran. Lurch. Weg mit dir. So, Leute. Hoffentlich haben wir unsere Ruhe von Hulk. Junge. Oh nein. Boah. Leute, wir müssen uns erstmal hier Freiraum schaffen. Das ist nicht die Umgebung für den Kampf hier. Weg mit dir. Was machen wir mit dem, Alter? Komm, einfach auf den Boden klatschen. Nice. Hulk versus Hulk. Oh, nein, nein, luftig. Wow. Wow, wow, wow. Leute, oh mein Gott, der meint ernst. Der meint richtig ernst. Oh mein Gott. Hulk versus Hulk extrem. Weg mit dem. Weg mit dir. Nice. So, jetzt machen wir den fertig. Keine Chance. Oh mein Gott. Er nimmt uns auseinander. Oh mein Gott, unser Spiel ist einfach mittendrin gecrashed. Oh mein Gott, wir müssen wieder reingehen und Hulk suchen. Wir müssen radieren, Digga. Yo, yo, yo. Was geht hier? Was ist jetzt los? Was? Es sind einfach Profile Hikes gespawnt. Leute, guck doch auf die Karte, überall Hikes. Oh mein Gott. Ist das Hulk, 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 Hulk oder was? Sind die alle gegen uns oder auch auf unserer Seite? Ich hoffe, ein paar Kameraden und wir haben Start. Wow. Ey, die sind flink unterwegs, die Leute. Erstmal zeigen wir, wer ja der Boss ist. Wir sind einfach Hulk. Leute, auf ins Getümmel. Oh mein Gott, hier sind so viele. Die hauen sich gegenseitig einfach. Guckt ihr die an. Alter, gib die. Oh mein Gott, Leute. Hulk versus Hulk versus Hulk. Wer wird überleben? Wir hauen alle kaputt. Ab wem auch verbündete, das ist die Sache. Oh mein Gott. Jetzt wird, irgendwie sind das. Ja, aber jetzt alle rasieren. Bam. Bam. Gib ihn. Hau die weg, Mann. Das ist so einfach. Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Leute, alle auf einen Haufen, Mann. Ey, da geht man ja nur noch fliegen. Boah. Leute, Los Santos ist verloren. Wir haben die Stadt übernommen. Ey, wie kommt die eben hoch, Alter? Oh, was ist das? Die nehmen mich auseinander in der Luft. Oh mein Gott. Ich habe den weggeschlagen. Leute, unsere Kräfte neigen sich dem Ende zu. Alter. Leute, es sind zu viele. Wir haben uns rauf gerade, Mann. Oh mein Gott. Ich gebe dir mal ein paar Klatscher. Wir müssen den Steinen mitnehmen. Einen mitnehmen. Ich bin platt, Mann. Ich bin mal nicht platt. Komm, den mach ich platt. Ich habe keine Chance. Weitere so. Komm her. Komm her. Den nehme ich mit. Egal, was passiert. Oh mein Gott, Mann. War das der? Ja. Nein. Leute. Es wird zu hart. Alle auf einem Fleck, ey. Oh. Wir müssen es einpacken. Oh mein Gott. Wie der uns gepackt in der Luft auch noch, ey. Wir wurden einfach zu übermütig. Ey, es waren am Ende einfach zu viele Hikes. Die Stadt war besessen, nur voller Hikes. Wir konnten nichts mehr machen, Leute. Das war wild am Ende. Oh mein Gott. Leute. Daumen hoch für mehr crazy Sachen in GTA. Oh mein Gott. Wenn ihr wollt, Leute, checkt noch gerne unseren Merch-Shop ab. Erster Link in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace.